Bilko! Jawohl, Colonel! Wir haben Regeln und Vorschriften. Sergeant Ernest G. Bilko. Auf geht's, Schlafmützen! Bereit zur Hasenjagd! Dieser Mann lässt sich nicht unter Druck setzen. Wo ist der denn abgeblieben? Weg damit! Selbst im Kugelhagel bleibt er cool. Wir haben eine ganze Menge Unregelmäßigkeiten entdeckt. Sergeant Bilko! Colonel Hall, Sie sehen fantastisch aus, Sir. Haben Sie Gewicht verloren? Und tritt dem Feind ruhig entgegen. Mach, dass der böse Mann verschwindet. Universal Pictures. Stellt uns einen Mann vor, dessen Methoden... Versuchen wir, die fasst das Gewehr am unteren Ende, Nummer... ...alles andere als bewährt sind. Sie haben mich geweckt, damit ich Sie wecken soll? Runter und 20 Liegestütze. Dessen Befehle... Sehr schön, das war schon mal eine. ...in keiner Weise den Dienstvorschriften entsprechen. Der hat ins Bett gestrollt. Ach, aber doch nur aus Versehen. Nein, von der anderen Seite des Zimmers aus. Steve Martin, Dan Aykroyd, Phil Hartman. Immer Ärger mit Sergeant Bilko. Bilko! Ja! Da war schon mal eine. Da war schon mal ein Kind.